Wie erforschen die Rezeptoren auf den Zellen des Immunsystems Mikroben, also Viren, Bakterien oder Pilze oder auch Krebszellen erkennen und über welche molekularen Signale dann die Immunabwehr eingeleitet wird. Dabei wollen wir insbesondere verstehen, wie fehlerhafte Abläufe in diesen Programmen schwere Erkrankungen wie Krebs oder Immunschwächen auslösen können. Das Immunsystem ist ein zweischneidiges Schwert. Die übergeordnete Frage ist immer, wie bei einer Aktivierung des Immunsystems die Balance zwischen immunologischem Schutz auf der einen Seite und krankheitsauslösender überschießender Immunreaktion auf der anderen Seite reguliert wird. Die modernen Methoden der Genetik, Molekularbiologie und Bioinformatik erlauben heute völlig neue Einsichten in biologische Prozesse, die man schon seit Jahrzehnten beobachtet. So können wir heute detaillierte Immunfunktionen auf der Ebene von einzelnen Zellen messen. In den nächsten zehn Jahren wird unser Forschungsfeld ein viel besseres Verständnis des Immunsystems erarbeiten.